Die Jungtiere, die sind ja nicht so gut. Jetzt ist das Fell noch nicht ganz so ausgeprägt. So sollen die leben, die Tiere. Ne, die schauen echt alle noch nach rechts. Die schauen echt alle wieder nach rechts, guck. Wanaokopanini, wanaokopanini, wanaangaliahuko, sieh. Das war jetzt schon ausnahms, ganz ausnahmsweise schön, die Raffen sozusagen. Schau mal die Kleine, voll super. Oh, und der Linkste hat echt ein tolles Fell. Schau doch mal, dem ist eine Musterung an, ey. Wahnsinn. Missilage. 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 Das ist ein Schuss. 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 Das Bild schaue ich nie mehr an später. Der Kopf ist durch den Horizont. Bei mir ist der Kopf abgeschnitten. Der Kopf ist durch den Horizont. Der muss da angucken. Aber die wollen das Kleine nicht allein lassen. Nein, die wollen das Kleine nicht allein lassen. Das sieht ja wahnsinnig cool aus. Das ist krass wie das so ein kraftliches Muster hat. Dass das trotzdem die gleiche Art ist. Der hat doch so einen Matenpicker auf dem Rücken. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. So ist es ein Schuss. Jetzt gehen wir schauen und wir gucken raus. Wir blicken würde, du kannst ja als Postkarte verkaufen. Das Bild. Ja, aber das kannst du auch als Postkarte verkaufen. Das ist ein wirklich schöner Blick. Das war's für heute.